So, da bin ich zurück. Ich wollte euch eigentlich gerade zeigen, was wir bekommen im nächsten Batman-Heft. Aber ich habe gerade die Belohnung noch bekommen von dem NBA-Event. Also ich hoffe, ihr habt euch fleißig angestrengt. Die 100 V-Bucks habe ich damals auch schon bekommen. Aber jetzt kam halt auch die Spray an. Normalerweise müsste ich sogar noch das Banner bekommen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schreibt mal bitte in den Kommentar, wer hat alles überhaupt mitgemacht. Beim Luca weiß ich es auf jeden Fall. Der wird dasselbe ihr Spray natürlich auch haben. Erstmal GG an der Stelle. Aber wir gucken einfach mal, ob das Banner jetzt auch noch kommt oder ob es dafür keine Einblendung gibt. Warte mal, wir gucken mal am Spind. Was habe ich hier noch? Achso, das war, weil ich mir das Set gestern noch gekauft habe. Wir gucken mal gerade, aber es sieht nicht so aus, sonst müsste da eine 2 sein. Nee. Ich habe nur hier das Spray bekommen. Normalerweise sollte es doch noch ein Banner geben. Ich gucke mal gerade nach auf der Seite, ob da noch irgendwas überhaupt verfügbar ist. Zack, 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 Lesezeichen. Da ist es. Das war klar. Das steht schon gar nicht mehr da. Lol. Das war es. Auf der Seite kriegt man schon gar nichts mehr angezeigt. Außer, dass halt der und der gewonnen hat. Das war es aber auch. Also, wie gesagt, Banner ist da, aber das, ach, nicht das Banner, das Spray ist da, aber das Banner ist eben noch nicht da. Oder wir können mal gerade gucken. Warte mal, wo finden wir die Banner? Ach Gott, da bin ich immer so irritiert. Banner, Banner, Banner. Da kann man hier auch gucken nach neuesten. Ach Gott, hier werde ich eh nichts finden. Hier sind nur durcheinander. Speziell, das ist neu. Das ist ziemlich neu. Wahrscheinlich auch so ein Battle Pass. Naja, also ich kann jetzt hier auf dem ersten Blick nix erkennen. Also wenn ihr das Banner erhalten habt. Klar, das hier war durch das andere, meine ich. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es nur davon ist. Hier noch ein Banner, da ist das Neymar Banner. Ganz ehrlich, ich weiß schon gar nicht mehr, was bin ich ein Banner. Wie gesagt, schreit zwar in die Kommentare, wenn ihr einen Banner erhalten habt. Aber ich denke, ich habe irgendwie gefühlt keins bekommen. Oder es war doch das Basketball-Banner. Ich bin mir da absolut mehr sicher. Aber ich sage ganz ehrlich, das Problem liegt doch daran, bei Bannern bin ich aber auch raus. Ich habe ganz am Anfang mein Äpfchen da genommen. Und das war es eigentlich auch. Weil wer achtet bitte schön aufs Banner. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal damit. Ich komme gleich aber direkt schon wieder mit dem nächsten Video. Nur um zu gucken, was im Heft drin war. Und in dem Sinne würde ich schon sagen, bis gleich.